Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity und dem DLC Dead Kings. Und ich habe jetzt eine Vermutung, das ist ja, dieses Gebet entspricht ja dem Kreuz, an dem Jesus genagelt wurde. Und vielleicht müssen wir mit den Feuerschalen eine Kreuzform bilden. Ich habe mir das jedenfalls so gedacht. Da ist der Fuß, da ist der Kopf. Das ist das eine Teil vom Kreuz und das ist das andere, wenn das jetzt passt. Ah! Hör doch mal auf! Die haben da oben so geschrien. Habt ihr das gehört? Jetzt hat es gleich geklappt. Machen wir mal nach oben. Ich gehe erstmal... Ah, ich kann hier gar nicht so weit. Ich muss hier hoch. Und dann gucke ich mal vorsichtig, bevor ich... Ich höre sie aber noch. Ich komme an den Typen einfach nicht ran. Nein! Du sollst hochklettern! Ach, auf einmal kann er das alles. Wir müssen jetzt auf die andere Seite. Und das möchte ich natürlich ungesehen, wenn es irgend geht. Ganz sicher. Das behauptest du schon sehr lang. Na, dann sage ich es nochmal. Aber wo ist das Ganze? Wenn Godouf hier ist, können wir weiter nach dieser Tür suchen. Ich glaube nicht, dass er kommt so hoch und ich... Na, wenigstens wiederhole ich mich nicht immer wieder. Diese Warterei schafft mich. Ich gehe besser. Na, na, na. Wir drehen uns wirklich im Fall. Und wann genau glaubt, wo kommt denn dieser Godouf? Bleib doch mal sitzen. Oh, nein! Er macht es schon wieder! Anstatt hier runter zu klettern! Das ist so doof! Warum? Was macht er da jetzt? Geschafft! Kann mit jeder Lichtquelle aufgenahden werden. Benutze die Laterne, um versteckte Botschaften und Karten und Hinweise aufzudecken. Ja, und jetzt... Ich kann nichts machen hier. Es geht wieder nicht. Hm. Soll ich hier raten? Kriegt man denn hier irgendwie ein... Das Rätsellösen, ja. Nee, kriegt man nicht. Anu sucht nach dem Eingang das Rätsellösen, indem er die versteckten Karten auf den Tafeln vor. Jetzt kann ich das also... Das erste war verkehrt. Das ist schon wieder ausgegangen, ne? War verkehrt. Nee. Ich... Kann nicht. Geht nicht. Ist kaputt. Funktioniert nicht mehr. Es ist so dämlich. Bleibt an. Ja, so weit war ich schon. Jetzt bleiben alle an. Nö. Diese, diese Steuerung hier, das ist das Allerletzte. Man kann sich hier nicht mal einen Überblick machen vernünftig. Ich... Das hab ich doch schon mal gemacht Was war das? Was soll denn der Quatsch jetzt hier? Hier geht's gar nicht weiter runter Was soll ich jetzt machen? Jetzt soll ich hochgehen In den letzten Kartenraum Schleichen Warum kletterst du denn da schon wieder an der Kante hoch? Ich steuere nach oben Er geht nach links und rechts und Geradeaus Runter Ich hab immer noch diese olle Axt Das ist keine gute Idee Glaube ich Die sind alle noch da Da soll ich jetzt rein? Oha Sorry Da springt ihr dran vorbei Ich krieg hier Keinen roten Nichts Gar nichts Jetzt Ich hab aus Versehen mich verdrückt Dann hack mal da so ein bisschen rum Und lenkt die Leute ab Nein Ach Ich wollte doch Scannen Das geht jetzt nicht Ach doch Das geht Guck Hauen die ab Das ist der letzte Raum Hoffe ich Luftattentat soll ich auch noch machen Das hat ihm gar nichts gemacht Kommt er jetzt wieder her oder stirbt er da jetzt einfach? Das wird wohl nichts mit dem Luftattentat Was hast du mir in die Flasche getan? Was hast du mir angetan? Was hast du mir angetan? Was hast du mir getan? Bist du tot? Ah Falsch Warum weiß ich auch nicht Jetzt ist nur noch der da übrig Ah no Oh ist das ein Gehampel Ich will das mit dem Attentat unbedingt Können wir auch hier lang klettern? Ich glaube nicht dass das geht Da Ich glaube nicht Funktioniert nicht Scheiße Weiß was Dann plündere ich wenigstens Das ging von da oben nicht Ah ich sehe gerade was Leben kommst du hier nicht raus Nein Nein Irgendwann sieht er mich nicht mehr So jetzt bin ich verschwunden Ach jetzt geht er hoch anstatt zur Seite Ich drücke Ich drücke nach rechts Und was macht die Figur? Sie geht nach oben Das macht mich schwach hier Das ist kein Klettern Und das ist auch kein Assassin's Creed In meinen Augen Das ist so Oh Ne So ist das genau Das ist irgendwie ne Was ist das? Ja 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 Es ist einfach... dämlich. Er macht das einfach nicht. Wo ist denn der Typ schon wieder da? So, du gehst mir nicht mehr auf den Geist. Ich hab jetzt auch die Schnauze voll. Spielstier. Ich drücke nach unten. Er klettert nach oben. Warum auch nicht? Ich wollte das vermeiden. Ich wollte einfach nur... Ist hier noch ein Ölding? Ist hier noch ein Ölding? Hab ich gefragt. Ja, da unten ist noch eins. Vielleicht hört man ja, wie ich hier auf dem Controller rumhacke. Der Arme. Da ist nur noch ein Becken. Jetzt füllen wir erst mal die Lampe wieder auf. Dann gucken wir uns das mal an hier. Hier sollen wir ja was gucken. Soll ich das mal machen? Ich mach mal, weil das hier so provokant steht. Äh, hallo? Jetzt haben wir wieder vier, so ne Dinge. Das hört einfach nicht auf, ne? Das ist ein Stier, würde ich sagen. Keine Ahnung. Das kann ich noch weniger erkennen. Das ist die Sonne. Fangen wir hier an. Ach so, ich muss die so doll betätigen, damit man das da sieht. Ah. Warte, geh weg. Denn ich denke mal, der bleibt, geht jetzt entweder nach ganz oben oder bleibt stehen. Das hab ich mir schon gedacht. Das B geht natürlich wieder weg. Guck mal, und dann kommt das Symbol da vorne. Was haben wir hier? Was soll denn das sein? Hm, keine Ahnung, was das sein soll. Ist auch nicht so schlimm. Das soll ein Adler sein, würde ich sagen. Also ein Greifvogel. Reicht nicht. Guck mal, jetzt brauch ich gar nicht gucken nach dem B. Das sieht gut aus. Und die liebe Sonne. Ach so. Einmal muss ich wenigstens. Jetzt hab ich kein B. Das B ist weg. B gibt's nicht mehr. Sind ausverkauft. Er macht den Schritt rauf und dann geht das B in der Agieren weg. Ganz einfach. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Soll ich nach oben? Kann ich jetzt hier das zum Motzklettern benutzen? Oder wie ist das gedacht? Ja, hier können wir hochklettern. Das könnte gehen. Dann kommen wir erst mal da oben hin, ne? So, und jetzt bin ich hier und nun? Ah, ich kann hier rüber. Wartet. Rechen, Trigger und A. Ja, das wollte ich vorhin auch machen. Geht das nur, wenn man's darf? Oh Gott. Anscheinend, ne? Und jetzt bin ich hier oben und du? Hier? Da soll ich hin? Ich trau mich nicht. Ah, es geht. Hier, die hab ich gar nicht für voll genommen. Aha. Das richtige Schlüsselloch finden. Jetzt mal die Lampe auffüllen. Ach, dieses ist unten, ne? Jetzt haben wir aber das richtige Schlüsselloch. Denn das wird hier angezeigt. Da, das Schloss. Nun zum goldenen Schlüssel. Was soll ich denn? Ich kann nichts machen hier. 154 Meter. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Man kommt es, man bekommt es auch nicht angezeigt, ne? Soll ich jetzt hier wieder rausgehen, oder? Das Schlüsselloch. Nun zum goldenen Schlüssel. Hm, keine Ahnung. Ich geh jetzt hier raus. Ich weiß sonst nicht, was ich hier noch soll. Dann nachher hier wieder rein. Und wieder lauten alle wieder da. Und wieder geht er auf die doofe Truhe. 154 Meter. 200 Meter. Oh, das ist aber oben. Muss ich denn jetzt wieder raus, oder was? Ich kann ja nicht die Karten umschalten. Das geht nicht, ne? Äh, Quatsch. Man kann nur zoomen. Karte an und aus. Zurück zum Spiel. Hier habe ich keine Mission mehr. Hm. Da haben wir ein Klo. Ein Dixi. Die gab es damals auch schon. Wo ist denn jetzt die doofe, bepullerte Leiter? Ist die? Ach, da ist sie. Ist der Typ denn jetzt auch wieder da? Na klar. Dass das Gesetz nicht brechen soll. Huf an. Ich kann jetzt ja wieder keine, jetzt habe ich jetzt echt den falschen gedrückt. Ich kann jetzt wieder keine Ausru... Jetzt geht's. Ja, das war Einbildung. Komm nicht hierher. Guck. Sag ich doch. Komm nicht hierher. Was hörst du auch nicht auf mich? Ach. Ist es hier kalt? Es ist hier draußen. Ja. Wenn ich dich in die Finger kriege! Kriegst du nicht. Als ich dir die aufraue! Und ich dir die Eier ab. So ist denn. Oh, 25 Minuten. Wo sind wir... Was ist denn das jetzt hier? Hinter Schloss und Riegel. Sequenz 13, Erinnerung 5. Gut, dann begebe ich mich da mal hin. Aber ich gehe erst noch zu diesem Händler. Und wir sehen uns dann. Was ist mit euch? Steht ihr wegen was an? Gibt es Bananen? Oder keine Ahnung. Bettwäsche. Ja, wegen sowas hat man früher angestanden. Früher. Ganz früher. Und es gibt noch Leute, die finden die Zeit trotzdem toll. Ich sag ja, den Menschen geht es so gut. Das ist 35 Meter. Ja, wo ist denn jetzt dieser doofe Händler? Was soll denn das? Oh, ist das ein Rumrenne hier? Geht aus dem Weg. Bin ich dran vorbeigelaufen? Ja, ich habe jetzt richtig was gesehen. War richtig gut. Da ist er. So, alles wird leer gekauft. So, alles ist voll. Nächste Folge geht es weiter. Tschüss.